Musik Ja, wir durften heute beim Bananensprayer, beim Thomas Baumgärtel, ins Atelier. Und er hat uns ein ganz tolles Plakat für unsere G20-Protestwelle gestaltet. Am 2. Juli werden wir auf die Straße gehen in Hamburg, das ist wenige Tage vor dem G20-Treffen und werden da ganz laut und bunt unseren Protest auf die Straße tragen. Wir fordern die G20 dazu auf, in allen Staaten mehr Demokratie zu verwirklichen und wir fordern, dass die Bürgerinnen und Bürger an allen wichtigen politischen Entscheidungen verbindlich beteiligt werden. Deswegen kommt alle nach Hamburg am 2. Juli. Vorher könnt ihr auch noch kreativ werden. Am 17. Juni gibt es eine große Plakatmalaktion. Da freuen wir uns, wenn ganz viele mitmachen, denn dann wird der Protest umso bunter und vielfältiger. Und alle Informationen zum G20-Protest findet ihr unter g20-protestwelle.de всю heute. Wurven die G20-Protest 아이� Wurven die G20-Protest und dierunde in den K吸defüren auf 100 grosses Haus hast Glück Untertitelung des ZDF, 2020